In der Abstimmung haben Sie sich diese Doppelsumme hier gewünscht, µ von 1 bis 19, µ von 1 bis 19 und zu summieren ist µ durch 19, für die 19er. Was machen wir da? Also µ von 1 bis 19 schreibe ich ab und dann hängt das, was hier in der µ-Summe steht, ja überhaupt nicht von µ ab. Also ziehen wir das doch mal vor die µ-Summe, also µ durch 19, Summe µ von 1 bis 19. Wenn ich alles ausgeklammert habe, steht hier noch eine 1. Damit ist diese Summe hier gleich 19, denn wir addieren ja nur 19 Einsen und dann können wir diese 19 hier ganz angenehm kürzen. Dann steht da nur noch eine Summe über µ, µ von 1 bis 19. Das ist ein kleiner Gauss, also kriegen wir 20 mal 19 halbe, also 190 als Ergebnis.